Oder Bruchschallenge einspielen muss. Ja, so. Wie viel durchschnittliche Bildschirmzeit habt ihr am Handy? Ich habe gerade die Meldung bekommen, dass ich die letzte Woche Ich habe die Meldung bekommen, dass ich 100% mehr habe die Woche und mein Durchschnitt war immer so 2 Stunden pro Woche, das finde ich voll wenig. Sehr nice, sehr stark auch. Aber wie gesagt, Danny und ich habe auch gesagt, wenn Danny und Micky gut spielen, können die es schaffen. Und das ist auch passiert, Danny und Micky haben sehr gut gespielt. Die Lachmann. Die Lachmann. Die Lachmann. Die haben das auch so krass gespielt gerade, wie die in die Headgate sind. Du hattest auch keine Chance mit der TAC-5 zu knocken. Keine Chance. Ja, mit der Effektion genauso wenig Chance gehabt. Mit der TAC-5 aber weniger. Schwanz, 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 Schwanz. Wie viele? Einer. Einen Knock. Da oben. Sind noch da. Sind in mehreren Häusern. Hallo, ich habe eigentlich einen Follow. Wie müssen sich eigentlich die Gegner fühlen, wenn ich einfach die ganze Zeit Follows vorlese oder so, während ich einfach Gegner in der Läubi hole. Die fühlen sich doch alle verarscht, wenn die irgendwann mal in den Stream reinschauen. Oh, der hat einen großen Rucksack im Rucksack. Nein. Doch. Und hatte nur einen kleinen. Also einen normalen. So, ja. Himmel. 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 Was macht sie denn da? Ich verfrüge die Leute einfach. Matthias. Was denn? Auf die Leute wieder zu schlagen. Wirklich. Wenn das. So, warte. Ich schaue kurz. Liegt mal eure Bildschirmzeit, Schreibt mal alle rein. Also gestern war bei mir ja safe. Wie kann das nochmal? Und die ganze nach links zu halt, glaube ich, oder? Tagesdurchschnitt 19 Minuten. Okay. Ja, das ist ja von heute wahrscheinlich. Ah, okay. Wie und wo sehe ich das so? Wenn du da drauf drückst, kannst du, glaube ich, weekly oder sowas sehen. Ja, das steht wöchentlich. Das steht aber täglich einmal wöchentlich. Alle Aktivitäten anzeigen. Wöchentlich. 54 Minuten. Echt? Stark. Das ist sehr, das ist sehr stark. Äh, ja. Lass den. Auto. Hier. Wo du? Ich hab ne 3. Was ist für euch? Bei mir. Geht noch. Ich hab schon neun. Was ist wrong? Hier kommt noch einer zu mir. Ach du ahnst es nicht. Was hast du denn? Äh, Bulldozer. Eigentlich für ein Follow. Ich hab da selber geclustert nochmal. Das ist aber auch wichtig und richtig in Marlenung. Das vertiefen sich zu sehr drin. Nein, genau in der falschen Sekunde. Du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Was heißt außen? Hier draußen. Drinnen. Schade. Stark. Schade. Was? Freut mich. Wollte ich sagen. Ich freu euch. Ich sag einfach mal Unlucky. Das war Unlucky. Schade. Das ist eigentlich die coolste Stadt Deutschland. Ist das noch Berlin? Würde ich mitgehen ja. Obwohl Berlin jetzt seit wegen Silvester sehr sehr gelitten. Ist Frankfurt cool? Frankfurt finde ich. Okay. Ich bin Berlin aber nicht bei Berlin. Wie findest du eigentlich so viel mit wenn du so wenig am Handy bist? Ähm. Ja. Ich bin auch relativ überrascht. Effektiv. Effektiv. Schon wenig. Effektiv. Oh mann. Wie kann ich mich denn trotzdem hinten du Muggel? Hamburg oder Berlin? Ja. Ich hab komplett Geeks hier gerade. Also Hamburg ist schon sehr geil. Ach du ahnst es nicht. Ja Berlin auch. Also ich finde beide schon sehr sehr cool. Ich glaube ich persönlich bei Freunden zusammen zwischen den beiden. Also Hamburg ist halt auch einfach schön so weißt du? Ja. Das ist einfach fures geil. Ja bei Hamburg halt auch so giga viel Regen. Das finde ich von sehr unkrieg. Ja. Ja. Einer ist unter dem Max. Wo? Oh. Sag mal Max kannst du hier das Geeks droppen eigentlich? Ja. Jetzt kann ich droppen. Moin will you. Freize noise. Fru who has noise. Das ist der geilste. Dankeschön. Neue Sicherheitsdrohne gefunden. Äh wir sehen hier noch einen. Beim King Auftrag. Direkt beim King Auftrag. Oh und die Drohne. Siehste mal Naruto. Streamer mit Qualität. Geht. Ciao CGW an uns. Sag wenn ihr Drohne braucht. Gehen wir Blackside? Gehen wir? Äh Blackside ist sehr sehr gut tatsächlich. Gehen wir? Warum hören wir den Call? Machen wir eine Drohne hier aber. Ja gut. Was sieht ihr denn Gegner? Ja Matze ist halt Hydro Bro. Achso. Matze heute Teamplayer. Ne ich würde gerne ganz kurz die Runde ausspielen. Matze hatte gerade eben 12k 92. Ich wollte ganz kurz die Runde ausspielen. Also der erste Runde. Hab ihn. Hier noch einer noch. Nice. Den kann ich finischen. Stark Team Vibe. Blackside wurde gemacht. Ähm. Ja. Das ist also. Wir haben zu lange gebraucht. Lass nicht hin. Lass nicht hin. Lass nicht hin. Lass nicht hin. Ist schon sehr schwierig zu spielen ja. Also auf Range ist die sehr inkonstant. Und er hat sehr viele Rückschussbaule. Moin Fungi. Moin Andi. Moin Laura. Guten Morgen. Und. Wo ist Nice. Auf der Tanke noch. Habt ihr 3er Weste? Ich hab keine gerade. Also der da oben hat eine 3er Weste gehabt. Einer schießt von weiter hinten auf mich. Von hier. Sind zwei bei dir Filme. Pass auf. Ich bin so geil. Ich fasse es nicht so. Mal weit aus. Du bist ne Iz. Dass du nicht indem sie sicht oder. Ich habeunu Kissys Die letztendlich gedacht. Alright. Ich bin ja. Das war's. Haben wir noch einen Shop irgendwo? Und dann, wenn du eine gute Runde hast, dann ist die letzte Zone immer ohne Shop oder so auch noch. Also, in Shops ist es sowieso wirklich komplett dumm. Ich hatte letztens 28 bei irgendwie 30er Live bei derselben Zone, aber in dieser Zone nicht einen Shop mehr gehabt. Bistorm, Runde vorbei, da feind zwei Autos. Wo stehen wir die? Hier sind es zwei auf dem Dach. Die werden ja abgeschossen auch. Auf dem Dach. Ne, ne, ich meine hinter uns. Okay, wollen wir das da machen? Mindestens einer, ja, komm. Na dann. Ne, lass oben bleiben, lass oben bleiben. Ja, ja, ich komm wieder hoch. Aufkommen. Also, der Call mit der Munition war insane. Also, kommen wir an eine andere Waffe. Also, tausendmal besser. Tausendmal besser. Bullet Velocity, viel besser. Rückschuss viel besser. Approved bei Raptor. Ja, das ist halt das Blackside Team. Das kämpft auf der Blackside. Ich will da gar nicht hin. Die schießen auch von der Blackside oben runter. Wollen wir einfach irgendwie erstmal in Richtung von dem Tarm? Tarm. Ich will zum Tarm, ja. Ich gehe auf den Tarm. Nein, let's go. Let's zum Tarm. Tarm. Hier ist ein Gegner. Hier ist einer. Ja. Tarm. Tarm. Nein, der Arme. Oh mein Gott. Team Vibe. 200 AP. Oh, fuck. What the fuck, mate? Kommt der fuck on? Tarm. Right next this, right next this. Right next this. Ah, ja unten, wa? Ja unten. Design sich hoch. Ne, doch nicht. Einer hat nen Hit. Absolut verloren. Zwei habe ich. Einer ist rausgegangen. Einer ist hier hinten draußen. Wie bist du? Draußen. No. Tarm. Wie hat er dich geholt? Tarm. Einer Sniper irgendwo, oder? Ich wurde gepäzelt, gepäzelt, gepäzelt würde ich. Komm jetzt aus, soll ich rüber? Ich habe Sniper gezielt irgendwo. Hier ist ein Rucksack Max drin. Rucksack für dich, Bro. Hier. Monto Place. Ich bewegen, Max. Mika haben deinen follow. Warte kurz. Monto Place. Frohes Neues, frohes Neues an alle. Da liegt, äh, Dommels in der Leiche. Leiche. Hier ist, äh, hier nimm mal mit. Self. Moin. Hab eingepackt. Das wird, sagt er, das ist mir Angst. Ja, die haben halt Dauerdrohne und wir müssen hoffen, dass die weiter weg geht von der Blackside. Die haben immer noch Drohne. Einfach cheaten. Ich kann mich nicht vorstellen, dass sie cheaten. Äh, Jungs. Was lasern die so? Ich kann, ich werde euch, äh, ich ver- Ich bin jetzt egal. Ich kann nicht antippen, ich kann nicht. Hört auf zu peaken, bitte. Braucht ihr Muni? Achso. Nee, nee. Und die, hat jeder, hat jeder Smoke? Hat jeder Smokes? Nee, 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 nee. Will ich hier? Ja, ich kann's nicht. Du hast die da reingepackt. Hier, hier noch, hier. Ich bin noch nicht dran. Hier. Ja, ist wieder drin. Warte. Hier. Ist wieder drin. Hinter dir, nein, ist nicht hinter dir, da. Jetzt nicht mehr, ja. Ely, how the dude has come over to me. Und, Uwe. Und? Achso, wir können auch gar nicht mehr. Hat nicht funktioniert einfach. Atom in, äh, Goldmarsch, Goldmarsch gehabt. Ja, hier, hier. Gold. Und hab die Muni-Kiste genommen. Dann hab ich hier Gold, ne? Das ist gut. Züglich haben wir gar keine, ne? Und wo kommen die jetzt noch Snipes hier? Ne, die sind auf der Brücke. Die haben noch Zone. Wir müssen hoffen, dass die Zone nicht dahin geht. Ja, sonst sind wir auch hier beim Arsch. Die Zone wird noch kleiner. Wir glauben, wir sind in der nächsten Zone auch noch drin und danach Moving, oder? Oder, ne? Ne, ne, doch, doch, doch. Ey, da ist ein Team. Der PK hätte nicht lasern können. Tag 5 ist das sehr schwierig. Wir haben Zone noch. Eine kommt noch und dann Moving erst. Ja, genau. Ist gut für euch. Sehr gut für euch. Die sind auf der Brücke immer noch. Die werden uns auch, wenn die eine ein bisschen weiter runter geht. Ich würde weiter hoch. Weiter hoch, weiter hoch, Jungs. Weiter hoch, weiter hoch. Weiter hoch? Ja, ich würde hoch. Ja, ja, weiter hoch erstmal. Ich glaube nicht, dass wir hochkommen, oder? Doch. Also Mats ist hochgekommen. Ich bin oben, Bro. Ich habe Muni-Kiste hier noch. Ich habe einen PC. Ich habe die gepelzt. Ich habe die gepelzt. Die müssen alle runter. Die müssen alle runter. Die sind alle runter. Die sind alle runter. Ich habe einen Knock. Zwei Knock, zwei Knock. Entweder jetzt oder gar nicht. Aber ist das Zone? Ne, also nicht. Das Ding ist, das Team könnte gleich auf den großen Turm, ne? Schieb-Back, schieb-Back, schieb-Back. Im Wasser. Das ist das wichtige Team. Die sind krass. Unter uns habe ich einen. Einer schwimmt da. Immer noch. Einer läuft unter uns. Ne, die Waffe wird danach nicht übergespielt. Das ist so geistkrank. Scheiße. Ich habe keinen ge-Knock, äh, ge-Finished bekommen von den, äh, G-Team. Sechs auf zwei noch. Stark. Ich habe einen Knock, wieder oben. Er ist auf. Ich habe einen ge-Finished. Nice, nice, nice. Der war wichtig. Der war sehr wichtig. Der war sehr wichtig. Der war im Wasser noch. Wir müssen zu denen, wir müssen zu denen. Wir müssen Gas noch. Noch im Wasser. Wir können aufs Haus. 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 Wir können aufs Haus, Jungs. Aufs Haus. Ja, okay, okay. Nein. Ich werde jetzt weiter rechts fliegen sollen, Bro. Ich habe Self. Alles gut, ich habe Self. Ich habe Self und Smoke. Ja, die lasern mich hier. Oben, oben, bei euch. Mach Self, mach Self. Ich habe nichts gesehen. Oh, dieses Gute. Komm, oben rein, oben rein. Oben rein. Er finischt mich. Noch ein weiterer Weg. Schön, Matze. Das war schnell. Oh mein Gott. Alter. GG. Let's go. Läger, wir haben das noch gewonnen. Schön gespielt, Jungs. Ganz schön. Einfach cool, Rays. GG. Ganz großes Kino hier. Ey, die waren auch so krass auf euch. Fokus. Ich konnte von draußen noch die zwei Kills mitnehmen. So gut. Ihr seid solche geilen Schweine, Alter. Hab ich euch lieb, Mann. GG. GG, Jungs. GG. Ey, ey. Meine, Freundin. Williams. Bitte. Damen meiner. Ei,.» fragrý. He Vater. � 향. lifeinflation.